Wir machen mal folgenden Werbehinweis von unserem Werbepartner Blinkist. Bei Blinkist könnt ihr euch Sachbücher in 15 Minuten Häppchen zusammengefasst, die Kernaussagen von Sachbüchern in 15 Minuten zusammengefasst mal anhören oder durchlesen. Ihr habt jeweils eine Audioversion, die kann man auch in 2x abspielen, dann sind es weniger als 15 Minuten, wenn man sehr schnell liest, sind es noch weniger, man kann also sehr viel Inhalt sich irgendwie reinziehen. Ganz kurz ein Service-Hinweis von mir, nehmt diese 15 Minuten in echter Geschwindigkeit, diese Bücher sind so sehr zusammengedampft, ich bin ja jemand, ich höre Podcasts in zweifacher Geschwindigkeit, die Blinkist-Bücher, die höre ich in einfacher Geschwindigkeit, weil die sind schon komprimiert und man möchte das alles mitnehmen und wenn man in der Lage ist, ein Buch quasi in 15 Minuten zu lesen, ist es schon okay, wenn man das einfach anhört. Also ich habe es mal in 1,5-fach versucht und dann gesagt, ich höre mir das jetzt nochmal an, weil ich habe irgendwie die Hälfte schon, die ist es einfach nicht angekommen. Du kannst es auch zweimal in 2x anhören, dann hast du auch 15 Minuten und direkt wiederholt. Ja, das könnte man machen. Ich habe mir jetzt zum Beispiel mal angehört, wir hatten vor einer Weile mal geredet über den alten Sascha Lobo hier, wir nennen es Arbeit, über die Blogger und wie das halt Arbeit ist oder nicht oder wie das halt heutzutage so läuft, nicht wahr? Ja, ja, so ungefähr. Und wie halt möglicherweise die nachwachsende Generation da hoffentlich durch größere Medienkompetenz irgendwie einschätzen kann, wo der Hase läuft und wo nicht und wie das aussieht. Das kann man sich mal in diesen Blinks, also die Blinks sind jeweils so Kapitel oder einzelne Themen aus so einem Sachbuch, kann man sich dort anhören oder durchlesen, ohne das ganze große Buch irgendwie lesen zu müssen. Und in der App kann man mehr als 3000 Sachbücher sich anhören oder durchlesen. Es gibt Ratgeber, Klassiker, Bestseller aus den Themen Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung, Tipps, Tricks und Lifehacks. Und das kann man dort machen. Man kann das natürlich beim Arbeitsweg, wie ein Podcast hören. Also wer Podcast hört, kennt das Prinzip so ein bisschen, nicht wahr? Und wir haben hier wie immer ein Angebot mit auf Blinkist.de slash Bits, 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt natürlich sieben Tage kostenlos testen. Das ist Blinkist, B-L-I-N-K-I-S-T.de slash Bits. Und was wir jetzt neu haben, ist ein Alexa-Skill. Ihr könnt nämlich sagen, Alexa, starte Blinkist und dann bekommt ihr dort eine Zusammenfassung von dem täglichen Ding reingetan. Ich habe nach meinem Echo gesucht, der ist seit dem Umzug verschollen. Das ist kein Problem, ich teste es, ich habe ihn in jedem Raum inzwischen ein. Nur im Bad noch nicht, da warte ich noch auf den, den man in die Steckdose steckt. So, könnt ihr mal ausprobieren und euch da vielleicht auch schon beim Zähneputzen eine kleine Zusammenfassung reintun oder dann eben auf dem Smartphone mitnehmen und in der S-Bahn lesen. So mache ich das. Gut, herzlichen Dank an Blinkist für die Unterstützung. Blinkist.de slash Bits für 25% Rabatt auf das erste Jahr Blinkist Premium. So.